Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen auf ZapHosting. Mein Name ist Raz und ich zeige euch heute, wie ihr super easy mithilfe eines Bungeecord-Servers und x-beliebig vielen SpyGod-Servern ein eigenes Server-Netzwerk in Minecraft erstellt. Alles, was ihr dafür braucht, sind eben die Server und null Vorwissen, denn den Rest zeige ich euch jetzt. Und herzlich willkommen in meinem ZapHosting-Webinterface. Hier seht ihr schon mal die drei Server, die ich nutzen möchte. Das sind die beiden SpyGod-Server und natürlich der Bungeecord-Server, der die Brücke ist zwischen diesen beiden Servern. Das müssen wir den beiden jetzt noch beibringen und das machen wir wie folgt. Zuerst gehen wir mal in die einzelnen Server-Properties. Das heißt, von dem ersten Server runter in die Configs und in den Configs, alles, was wir dort ändern müssen, in den Server-Properties, das ist, wir stellen den Online-Modus auf False und speichern das. Dasselbe machen wir jetzt auch mit dem anderen Server, also easy peasy eben schnell rüber. Und wo wir gerade dabei sind, können wir auch direkt in der SpyGod-YML hier vorne einfach das Bungeecord auf True stellen, denn nur so ist es Bungeecord möglich, die Server zu verbinden. Ob ihr das jetzt mit zwei Server macht, mit vier, mit acht, mit fünf, mit 16, das ist völlig egal, aber diese Änderung müsst ihr überall einmal vornehmen. Das heißt, auch einmal noch an dem anderen SpyGod-Server, das ist der hier. Und wo wir gerade bei SpyGod sind, den Server müssen wir natürlich auch nochmal eben etwas bearbeiten. Das heißt, wir gehen einmal auf den Server, müssen auch hier eben noch kurz was in den Configs einstellen. Und das ist einmal das IP-Forwarding True und Online-Mode ist auch schon True. Perfekt. Und speichern das Ganze. Jetzt haben wir auf jeden Fall schon die Grundlage geschaffen dafür, dass die Proxy, das heißt der Bungeecord-Server, diese beiden Server verbinden könnte. Alles, was er jetzt noch braucht, das ist folgendes, das sind die IPs der beiden Server. Die IPs findet ihr direkt in eurem Webinterface hier unten drunter. Ihr habt aber hier auch die Möglichkeit, auch noch gleich euren Server Namen zu geben. Das möchte ich nämlich direkt machen. Und der erste SpyGod-Server soll nämlich für mich die Farmwelt werden. Deswegen nenne ich ihn gleich FW01 oder irgendetwas, was ihn deutlich als Farmwelt markiert. Und den anderen Server nenne ich gleich BAUEN01. Denn um die beiden besser ansteuern zu können, brauchen wir natürlich auch die Informationen über die beiden Server. Und die tragen wir selbstverständlich ebenfalls in die Config von unserem Bungeecord ein. Und das tut ihr etwas weiter hier unten. Hier sind die beiden Server, die jetzt von Preset her eingetragen sind. Und hier müssen wir einfach nur die Daten ersetzen. Das heißt, Server 1 ist bei mir die Farmwelt 01. Soll gelistet werden als Farm01 mit dieser IP. Und das andere ist BAUEN01. Soll gelistet werden als BAUEN01. Und hat diese IP. Okay, alles was wir jetzt noch machen müssen, ist eben dem Bungeecord-Server zu sagen, was ist dein erstes Server, auf den die Leute joinen sollen, sobald sie dieses Netzwerk hier betreten. Und das stellen wir etwas weiter oben ein. Wir haben hier noch als Stellvertreter stehen, WAITING01, aber den haben wir ja nicht. WAITING01 ersetzen wir einfach durch die Farmwelt. Das heißt, jeder, der diesen Bungeecord-Server betreten möchte, kommt erstmal auf die Farmwelt. Da speichern wir jetzt noch. Ihr habt noch hier die Möglichkeit, andere Sachen umzustellen. Aber im Kontext eines Bungeecord-Servers ist das jetzt alles, was ihr machen müsstet. Jetzt, um die Leute nämlich auf euren Server zu lassen oder auf euren Server-Komplex, an das, was ihr weitergeben müsst, ist jetzt noch eben die IP des Bungeecord-Servers. Die gibt ihr weiter an die Leute. Diese IP leitet sie halt eben direkt auf Farm01 oder eben mit der Möglichkeit der Teleportationen slash Servers einfach auf den Servern eingeben, um die gesamte Auswahl zu sehen, damit sie auch auf die anderen Server draufkommen. Achtung, wenn ihr euch auf dem Bungeecord-Server als Admin eintragt, bedeutet das nicht, dass ihr auf den einzelnen Servern schon Admin seid. Das müsst ihr noch immer manuell über die Konsole machen. Hier einfach OP euren Namen und schon seid ihr dort Admin. So schnell ist ein Bungeecord-Server-Komplex eingerichtet. Ihr könnt übrigens noch in der Config weitere Server unten angeben. Kopiert euch einfach die Zeile, in der die Server beschrieben sind und fügt einfach weitere Server ein, um eben ein noch größeres Cluster zu erzeugen. Solltet ihr noch Fragen haben oder ein etwas ausführlicheres Tutorial wünschen, ich lasse euch den Link zu einem etwas ausführlicheren Tutorial nach unten in der Beschreibung. Ich wünsche euch viel Spaß und wie gesagt, wenn ihr Fragen habt, stellt sie gerne unter diesem Video oder ansonsten ist der Live-Chat wie immer gerne für euch da. Macht euch einen schönen Tag. Ciao. Na, ich brauche allesz und wie gerade mit. Musik 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 Vielen Dank.